Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Blick in die Finsternis anzunehmen bei Kalydus in Dalaran an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Eingang zu diesem Gebäude wo die Quest anzunehmen ist befindet sich an dieser Position ungefähr. Nehme nun die Quest gleich mal an. Nun darf ich mich hier in die Mitte dieses Kreises begeben und diesen extra Knopf hier drücken. Dunkle Kommunion. Klicke ihn mit der linken Maustaste an. Nun erscheint der Schädel der Manavi. Heißt hier ein bisschen anders, wieso weiß ich jetzt nicht. Teil Kjell ist wohl sein Geist. Klick mich hier durch diese Sprechblasen durch. Und nun darf ich die Quest bei Kalydus abgeben, an der selben Position. In Dalaran. An dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoff ich konnte euch helfen. Tschau.